tschüss lieber turm, da ist noch eine bank jetzt haben wir zeit der 6 jetzt mal weiter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin in der Bank. Es ist schön hier. Riecht auch so stellenweise wie der Harz. Hier war noch was. Hier bin ich ja gekommen. Jetzt werden wir hier noch ein Stück gehen. Hier wollte ich noch mal hin. Mal gucken was das eigentlich ist. Turnfest. Was schön hier. Hier wird brennend oder so. Das Milch stört hier diese vielen Autos immer, das stört mir hier, schöne Landschaft. R6, mal sehen, was das jetzt ist hier weiter. Hier ist auch R6, dann gehen wir mal R6 weiter. Und das hier, das siehst du so gar nicht, hier ist Kurpark, aber wieviel Meter oder so steht hier nirgendwo dran, das ist Kurpark, was ist das hier? Oh, hier weiter. Oh, es ist schön hier von der Landschaft. Heimstedt, das geht zum Röhlerhof hier. Das ist hier auch so abgelehnt eigentlich. Na, das sieht geschlossen aus, so ein Flatterband. Der Kellner hier ist sehr niedlich. Der wartet auf Gäste. Da war ich ja eben gewesen. Hier ist der Röderhof. Die Kolzen. Zwei Kilometer. Fahnen. Fahnen. Guck. Irgendwo komme ich schon raus. viel schöner als mit den autos so 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 Was ist denn da? Ist das Auto jetzt hier lang? Steh ich nicht. Oh ist das hier schön. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das für ein Stein hier? Oh, ist das hier herrlich. Da sind wieder Autos. Das ist das für ein Stein. Das ist auch der Essweg. Hier ist es zu sehen. Oh, ich muss mal wieder bahnen. Hier ist noch ein Salz in den Haaren. Oh, ist das hier schön. Hier ist noch mehr lang. Geradeaus. Hier ist noch mehr lang. 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 Das ist der Essweg. Aber Versicherung ist hier. Oh, hübsch. Die Kolzen. 7,5. Hier geht es nach Bad Stedford. Und Wesseln. 2,5. 1,5. 1,5. 3,0. 1,5. Die Kolzen. Die Kolzen. Oh. Oh. Also für die Wurbelsäule sehr gesund, auch für die Lunge. Das ist wieder gerade der Weg. Oh, ist hier herrlich. Oh, es ist mehr Luft. Waldfrieden. Die Zielung. Null. Und geradeaus soll, weiß man jetzt nicht. Da hab ich ja schon drauf. Ich kann geradeaus gehen. Waldfrieden wollte ich nicht hin. Ich bin auch noch ein Weg, aber hier ist nichts ausgeschildert. Oh, ist das herrlich. Oh, ist das herrlich. Oh, ist das herrlich. Oh, ist das herrlich. Krass der Knie. Ich bin auch eine extremцияse und eine Art Lange. Schöne aber hier. Erger in die Schönheit einmaloured die hinter benautenwillen. gibt so viele wege hier so 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 Das hatte ich gesehen. Hier steht nichts weiter dran. Pferde. 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 Das war's für heute. Oh, ist das hier schön. Mit dem bin ich noch nicht gegangen, den Weg. Das ist die Straße. 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 Die Landschaft ist hier schön. Ach, das ist hier beim Röderhof. Das ist nicht Wessel, oder? Nee, ist nicht Röderhof. Das sieht auch so ähnlich aus. Mal gucken, wo ich hier bin. Das sieht so ähnlich aus. Das kann nicht sein. Nee, ist was anderes. Das ist die Straße. 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 Sieht so gleich aus. Eigentlich würde ich woanders, ist auch egal. Genau, da ist es. Das ist es doch. Sieht so, dass ich das kannte. Von da oben hinweg? Nee, hier bin ich noch nicht gegangen. Ich overkreuzzu. Dann würde ich jetzt nicht mehr zu Untertitelung des ZDF, 2020 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 Suszene Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, man denkt man ist im Harz, aber sonst hier ist mehr Laubwald. So, man denkt man, man denkt man, man denkt man. Oh, ein Weg. Aber das weiß man immer nicht, kein Hauptweg. Den hier kenne ich noch nicht. Das ist ein Stück R8. Dann war ich mit dem Zug nach Hause. Das ist ein Ding. Hier geht gar nicht weiter. Das ist ein fester Weg, geht aber nicht weiter. Dann kommt man hier durch. Sehr merkwürdig. Hier kommt es nicht weiter. Hier kommt es nicht weiter. Dann geht es hier wieder hoch. Dann geht es nicht weiter. 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 Schönen. Es geht hoch und runter, der Weg. Es geht hoch und runter. Oh, herrlich hier. Kein Mensch. Was für Annemarie mit ihrem Hund? Dann können wir übernachten und dann können wir laufen. Was für Annemarie mit ihrem Hund? 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 Auch keine Beschilderung hier zwischendurch. Was für Annemarie mit ihrem Hund? 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 Was für Annemarie mit ihr? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier sind ja kaum Leute hier, auch wenn ich ihn vorhine, ist schon wieder weg. So, geht das jetzt hier lang? Hier ist auch kein Schild, oder? Ne, hier ist nichts. Und jetzt, ein Schilder. Und jetzt, ein Schilder. Und jetzt, ein Schilder. Und jetzt, ein Schilder. Hier ist auch kein Schild. Geht auch ein Weg hier lang. Der sieht aber auch gut aus. Wieder nach Bad. Man müsste, wo man jetzt lang geht. Und ich nehme das mal hier geradeaus. Ne, das ist nur ein Vogelhaus. Ist nie ausgeschildert. Hier ist es, wo man sich in die Zeit kommen. Nein, wo man sich in die Zeit kommen. Und ich nehme das «ämming an». Und da ist das. Das ist das, was ich. Auch nichts ausgeschildert. Gehen wir mal hier runter. Es ist nichts ausgeschildert, R7, hier ist SR nach langer Zeit R7 zu sehen. R7, R7, R7. Jetzt geht's hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Ja, hier ist gut geschildert, diese kleine Strecke hier. Acht und sieben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier ist gut geschildert. Immer noch richtig. Schöner Weg hier. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist schön weich. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist sieben und geht hier lang. Sieben ist hier lang. Und hier. Und hier. Hier ist wieder vorbei. Hier ist es in der Richtung. Mal sehen. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Und hier. Zum Flugplatz. Und dann runter. Den Weg wollte ich eigentlich. Ja, hier. Hier ist Waldvreen. Total versteckt hier. Hier ist Waldvreen. Die Kolzen ist da. Ja, jetzt geht's zum Flug. Ja, hier ist ein Flugzeug. Und den anderen Weg, wo die Autos fahren will ich nicht lang. Waldfrieden, das Haus zum Waldfrieden. Und den anderen Weg, wo die Autos fahren, wo die Autos fahren. Der ist nicht weit der Weg hier. Man sieht da hinten außen rum. Hier geht es im Waldfrieden runter? Hier weiß ich nicht, ist der S-Weg. R7. 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 Da stehen mehr Autos wie Gäste. R7. 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 Ich muss gleich das kommen hier. Ich muss gleich das kommen hier. Wer ist? Hier ist der Segeflugplatz. Auto. Kannst du hier nicht mehr durchgehen, oder? Doch, ganz noch, da hinten darfst du nicht durch. Hier darfst du nicht durch. Oh, siehst du, ist verboten. Da geh ich ja dann auch nicht drauf. Das mache ich ja auch nicht. Hier ist abgesperrt. Das ist sowieso verboten. Hier wollte ich dann. Das ist sowieso verboten. 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 Das ist anstrengend. Berg runter ist anstrengender wie hoch. Das ist sowieso verboten. 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 Sehr gut. Oh, hier ist aber warm. Auch so ein Fauler, der nicht laufen mag. Oh, es ist schön hier. Die geht zum Wald fliehen hoch. Es verblüht. Der Raps ist verblüht. Und da weiter hin. Es ist schön hier. 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 Der Raps ist verblüht. Aber hier ist alles gelb. Es ist schön hier. 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 Ja, ist ein anderer Weg hier. Oh, ist das hier schön. Weiß ich jetzt nicht, was das da hinten ist. Oh, die Schnoppelblübchen. Oh, ist das hier schön. Das hier war Wessel hier. Oh, das ist ein schorter Weg. Ist nicht so gut. Oh, das ist ein schorter Weg. Oh, da muss ich hier rauskommen. Oh, da muss ich hier rauskommen. So gut. Oh, da muss ich dann rauskommen. kein mensch hier das ist hier so schön hier das ist für mich Urlaub ich habe heute auch gemacht den ganzen Tag im Büro arbeitet ist das ein Ausgleich das ist für mich das Schild hier reingepackt da geht es wieder in den Wald rein da wollte ich eigentlich nicht mehr hier in Richtung Hildesheim da geht es wieder 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 in Richtung Hildesheim da steht ein Auto also hier runter ist doch schon ein netter Kerl also hier bin ich ja jetzt gekommen ich bin ja gekommen Krähe R7 wenn das hier wie ein Weg gehört na, der Zug oh, wie das hier abgespült ist ich bin, was sie na Das war's. Oh, ist das herrlich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier kommst du auch zum Waldfreen hin. Das ist ein Cleaning gewesen. Guck mal, wie ich jetzt bin. Geht ihr hier weiter? Jetzt weiß ich, wo ich rauskomme. Das Badzert Stedford wieder. Schon wieder ein Badzert Stedford. Schöne. Kalbblut oder verdastet. Da die Straße wieder. Wir fahren hier. Was ich vermeiden wollte. Da geht es zum Bahnhof. Waldfreen. Das ist sehr schlimm hier mit den Autos. Also das ist schlimm hier. Da geht es zum Bahnhof. Da geht es zum Bahnhof. Da geht es zum Bahnhof.